Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schatz, 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 Schatz Dann schenk mir miteinander auf dem Jodler umeinander, bis man genug kann miteinander, du und ich. Schatz, schenk mir dein Herz ins Kammerl, Herzen sind modern. Schatz, schenk mir dein Herz ins Kammerl und ich hob dich gern. Schatz, schenk mir dein Herz ins Kammerl und ich heirat dich. Und dann hörts ma miteinander in dem Kammerl umeinander, bis man genug kann miteinander, du und ich. Und dann hörts ma miteinander in dem Kammerl umeinander, bis man genug kann miteinander, du und ich. Schatz, schenk mir dein Herz ins Kammerl umeinander, bis man genug kann miteinander, du und ich. Schatz, schenk mir dein Herz ins Kammerl umeinander, bis man genug kann miteinander, du und ich. Auf der ganzen Welt wird ein Name genannt. Auf der ganzen Welt ist er bekannt, wo man fröhlich ist und vom Urlaub spricht, diesen einen Namen, den vergisst man nicht. Ja, das ist Kitz, 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 Kitzbüchel in Tirol. Ja, das ist Kitz, 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 Kitzbüchel in Tirol. Wer einmal dort, der möchte nie mehr fort. Kitz, Kitz, Kitz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer einmal dort, der möchte nie mehr fort Huyne Udi Huyne Udi Mein Vater hat das Wild erlegt und hat's nach Haus geschleppt. Meine Mutter hat's in Topf neu gelegt, nach eigenem Rezept. Ja, was gibt's denn heute auf Nacht? Ja, was gibt's denn heute auf Nacht? Heut gibt's Reraguh, Reraguh, Reraguh. Ja, was gibt's denn heute auf Nacht? Ja, was wird's denn heute auf Nacht? Heut gibt's Reraguh, Reraguh auf Nacht. Ja, da wisset ich was Feines, von der Totenzaal ein Schweines. Dies war eine gute Geschichte, eine gute Geschichte, eine gute Geschichte. Ja, da wäre einig schlicht, ja da wäre einig schlicht. Bies uns die Swampelkraft, die Swampelkraft auf Nacht. Ja, was gibt's denn heute auf Nacht? Ja, was gibt's denn heute auf Nacht? Heut gibt's Reraguh, Reraguh, Reraguh. Ja, was gibt's denn heute auf Nacht? Ja, was gibt's denn heute auf Nacht? Heut gibt's Reraguh, Reraguh auf Nacht. Warum gibt's den in dem Laden? Keine Gädel und kein Brotten. Oh, ey, wei, bloß Rera-Gur, Rera-Gur, Rera-Gur. Ja, und ist da noch so gut, ja, und ist da noch so gut. Die ist gut, wie Rera-Gur steckt die mir an den Hut. Die ist gut, wie Rera-Gur, Rera-Gur, Rera-Gur. Die ist gut, wie Rera-Gur, Rera-Gur, Rera-Gur. Vielen Dank.